Ich befürworte einen Beitrieb der Schweiz zur Europäischen Union, weil wir eines der best integriertesten Länder in Europa sind. Und da ist es umso wichtiger, dass die Schweiz auch dabei ist, damit wir Errungenschaften wie Personenfreizügigkeit erhalten können. Personenfreizügigkeit ist gerade für meine Generation und auch für die nächste Generation sehr wichtig. Das ist eine Freiheit, die wir uns erlangt haben, hart erkämpft haben, müssen in der Vergangenheit. Und diese sollten erhalten werden. Die Europäische Union bedeutet für mich ein sehr wichtiges Projekt in Europa. Und gerade heute in einer globalisierten Welt ist es umso wichtiger, dass Europa, so ein diversifizierter Kontinent, mit einer Stimme reden kann. Dass diese Währung verteidigt werden, auch gegen aussen, dass man dieses Projekt den Frieden erhalten kann und auch weiterführen in die Zukunft. Ich engagiere mich bei den NEPS, weil die NEPS seit 20 Jahren den EU-Beitritt befürwortet. Sie sind die Einzigen, die seit 20 Jahren konsequent positiv über die EU reden und die EU nicht nur als Gegenspieler sieht, sondern die EU auch als Mitspieler sieht. Und gerade wir mit unserer Tradition von direkter Demokratie, vom Mitbestimmungsrecht, sollte die EU auch als Partner sehen. Weil nur wenn wir mitmachen in der EU, können wir auch mitbestimmen. Und wir können das Game von dem neuen Film finden. Also ist dieses Spielkirchen. Da ist die Einzigen, das Ganze ist ja nicht möglich. Die Einzigen. Auch im Video. Das ist das. Also ist das, was wir bei Und dass das in den letzten Jahren nicht angeht. Und das ist das. Und wir können Sie die EU auch hier, luôn.